Zu 12 Uhr, wir fahren mit dem Racing. Reichte Schubser, reichte Dille. Tippen getroffen. Jetzt muss er arbeiten. Halleluja, haben wir da noch 5 Minuten? Wer schafft das doch? Niko Busser vor der Falco. Wunsch ist auf 3, 3 auf 4, Aspa 5 und Mika auf 6. Das hat sich jetzt schon wieder relativiert. Es ist Aspa auf 4. Mika hat den Ziegenzug ein bisschen nach vorne bekommen. Achtung, 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 ist wieder sauber. Wunsch ist hier so age voll. Wunsch ist hier so auf 6. Und wir haben den Ziegenzug5, das ist hier so. In einer Zeitung, vgl, Flughafen, Achtung, 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 Achtung. Also ist hier die gleiche, die Ziegenbewerbe Das ist das linkgrüne Motto, das ist der Zweitplatzierende. Neu-Lindorf, F.T. auf, ein echter Fahrfehler. Noch eine kleine Fahrfehler, die alles zu mir erzählt. Und jetzt ist Christian Wunsch, wo plötzlich noch zwei vor der Fahrt, so ist aber noch alles gegeben. Das heißt, hinter der K.A.R. hast du jetzt den Zweitplatzierende. Dankeschön. 2,30 auf der Halbzeit, 2,30 auf der Halbzeit. Mika ist jetzt auf vier Vorderfahrten. Sieht so aus? Ja. Da vorne ist Falco. Der kommt mit diesen Schritten her jetzt. Falco und Christian jagen sich. Wir haben noch zwei Minuten den Mika in der Aufstadt zu halten. Der kommt alles, was er kann hier. Kann er hier vorbeikommen? Der kommt von den Alftrigen, du bist überholt. Der General für den Platz geben. Dankeschön. Mika auf Vormarsch. Es ist wieder ein schönes Vorfahren. Mika auf Vormarsch. Mika auf Vormarsch. Der ist noch so weit. Mika auf Vormarsch. Mika auf Vormarsch. Mika auf Vormarsch. Zeit läuft bei ihm, 45 Sekunden. Jetzt ist er an den Dritt platziert, ganz nah am Land. Einleitungsfehler. Da war der Fehler von durch, schmeiß beide raus. Mika sagt, ja. Jetzt Mika auf die 2. Also, Großheim, Mika, Falco, 1-2-3. Mika auf die 4, Mika auf die 4, Mika auf die 6. Mitnehmen auf die 3 m ais. Die Runde hier von Nico, mit der ist reingehend für die Runde zu den Lefthänder, lange gerade runter, ihr seid alle fertig. Liebe Rosenheim, wir gehen mir gegen vor, Mika, Falco auf die 3, Wünsch auf die 4, da erst mal 5, also 10 auf die 6.